Okay Google, wie viele Kalorien hat eine Pizza? 266 Kalorien in 100 Gramm. Boah, das kann ich mir jetzt in meiner Diät nicht leisten. Okay Google, wie viele Kalorien haben denn Erdbeeren? 33 Kalorien in 100 Gramm. Das ist schon viel, viel besser. Ich glaube, ich werde heute Erdbeeren essen.